Vergleich das mal mit einem Kameramann, zum Beispiel vor Ort, dann wird es am deutlichsten. Ich habe auf der Kamera ein Objektiv, die einen Ausschnitt des Geschehens erfasst. Damit entsteht Realität, nämlich genau in dem von mir zugewiesenen Bildformat. Alles, was sich rechts oder links davon befindet, sieht man im Bildausschnitt nicht und existiert somit auch nicht in der späteren Aufnahme und damit nicht in der von mir gezeigten Wahrheit. Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Heute ist der 2. Dezember, das zweite Türchen unseres Adventkalenders öffnet sich. Mein Name ist Chris und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Dann erfahrt ihr jeden Tag bis Weihnachten eine weitere Episode aus unserem Adventskalender. 24 Stört die Tricks des Journalismus und damit all das, was ihr braucht, um mit hinter die Kulissen zu schauen. Und die wahre Geschichte hinter den Schlagzeilen schneller zu entdecken. Wie versprochen, weitere Dinge über das muntere Treiben im Journalismus. Denn ich glaube, es ist unglaublich wichtig, wer heute mitreden will oder Nachrichten auch für sich selber bewerten, einordnen und zuordnen will, der sollte die Spielregeln ein bisschen kennen. Und das fängt damit an und das wird heute unser Thema sein. Wer sind denn so die Protagonisten im klassischen Journalismus? Und was hat das Ganze mit den sozialen Medien zu tun? Nun, fangen wir ganz vorne an. Der Journalist als solcher ist zwar eine Berufsbezeichnung, aber nicht geschützt. Das bedeutet, jeder kann sich Journalist nennen, egal was er tut. Ob er nun die ethischen Voraussetzungen bringt, ob er nun die fachlichen Voraussetzungen bringt. Es spielt gar keine Rolle. Jeder kann sich Visitenkarten drucken oder im Internet behaupten, dass er Journalist ist. Und das bringt Probleme mit sich, denn es bringt auch eine ganze Branche in Verruf. Aber nicht nur die Qualität wird uns heute beschäftigen, sondern auch die Funktionsweise und den Unterschied zwischen einem klassischen, traditionellen Journalisten und dem, was man heutzutage Blogger nennt. Das sind diejenigen, die schwerpunktmäßig in den sozialen Medien arbeiten und da ihre Ergebnisse präsentieren. Und das meistens auch als Solisten, als Ein-Mann-Unternehmungen. Warum das eine Rolle spielt, möchte ich euch heute erklären. Und zwar aus folgendem Grund. Der klassische Journalist, als freier Journalist, so wie ich es bin, ist man es gewohnt, journalistisch zu arbeiten und stellt seine Arbeit dann Agenturen oder Redaktionen zur Verfügung. Das kann in zweierlei Arten passieren. Das eine ist, man bekommt vorhinein den Auftrag und arbeitet dann sozusagen auftragsgebunden, erwartungskonform und liefert das Ergebnis ab. Oder man beschäftigt sich mit einem Thema, erstellt nach eigenen Ideen dieses Thema und versucht dann jemanden zu finden, der bereit ist, für diese Leistung Geld zu investieren. Warum das einen Unterschied macht? Nun ganz einfach, jetzt kommt der zweite Part im Journalismus, denn jetzt kann man erkennen, es gibt verschiedene Felder im Journalismus, die durch verschiedene Funktionen abgedeckt ist. Das eine wäre der Reporter. Der Reporter ist im Grunde genommen derjenige, der vor Ort ist, der vor Ort die Recherche anstellt, der die Interviews führt, der also die Informationen verdichtet und somit die Grundlage für Endprodukte wie Zeitungsartikel, Magazinartikel, Fernsehberichte, Radioberichte oder eben Dokumentationen zur Verfügung stellt. Das ist Rohmaterial. Im Videobereich nennt man das Footage. Damit aus diesem Rohmaterial ein sendefähiges Produkt wird oder ein druckreifer Bericht, braucht es in der Regel einen Redakteur. Jetzt seht ihr schon, das ist der Unterschied zwischen dem Reporter, der primär dafür sorgt, dass die Informationen zusammengetragen werden und dem Redakteur. Der Redakteur, wie der Name es schon sagt, sitzt in der Redaktion und hat damit mit dem eigentlichen Geschehen vor Ort zum Teil gar nichts zu tun, sondern bekommt die Informationen geliefert. Und er überprüft nun die Validität, die Richtigkeit und bringt das Ganze dann auch mit seinem Team in das gewünschte Format. In Rücksprache mit dem Autor. Teilweise werden auch ortsungebundene Rechercheaufgaben verteilt. Das bedeutet, wenn ein Redakteur weitere Informationen braucht, die der Reporter noch nicht geliefert hat oder wenn Namen überprüft werden müssen, Hintergrundinformationen recherchiert werden müssen, dann passiert dies über Rechercheure beziehungsweise Volontäre beziehungsweise andere Redaktionsmitarbeiter, die diese Informationen zusammentragen. Das, was ich euch gesagt habe, was bei uns zum Beispiel auch teilweise mittlerweile Alfred, unsere künstliche Intelligenz übernimmt, nämlich dann, wenn Recherche im Internet zunächst einmal grobe Informationen zusammentragen soll. So, was wir also jetzt haben, ist der Reporter und das ist der Redakteur. Da kann man schon sagen, der Reporter liefert die Informationen, der Redakteur bringt es in Form und jetzt kann es zum Teil schon gedruckt werden oder Agenturen zur Verfügung gestellt werden, sofern es sich im Printbereich abbildet. Teilweise braucht man im Non-Print-Bereich, Non-Print-Bereich wäre jetzt zum Beispiel Radio oder Fernsehen, da braucht man jetzt einen Moderator. Das bedeutet, ist der Bericht fertig, brauche ich einen Sprecher oder ich brauche auch ein Gesicht in dem jeweiligen Bericht oder jemanden, der es im Studio präsentiert. Der Moderator muss nicht zwingend ein Journalist sein. Warum ich das sage? Nun, hier kommt es sehr oft zur Verwechslung. Dass der Moderator eine journalistische Ausbildung braucht, ist nicht zwingend notwendig. Er muss nur unfallfrei sprechen können. Er muss ein angenehmes Erscheinungsbild haben und eine sonore Stimme. Das reicht in der Regel schon aus, denn die Texte, die ein Moderator vom Teleprompter abliest, sind vorgeschrieben. Er hat da auch ganz wenig Spielraum, um hier selber Einfluss zu nehmen. Eine weitere Funktion ist der Kommentator. Und oft werden Moderator und Kommentator sinngleich verwendet. Dabei gibt es da große Unterschiede. Während der Moderator keine Fachkenntnisse braucht, sondern nur eine angenehme Stimme, er einen Text vorliest, den er zwingend unter Umständen gar nicht verstehen muss, ist es bei einem Kommentator so, dass ein Kommentator seinen Kommentar, seine Meinung, also zu einem Sachverhalt gibt. Hier haben wir jetzt zwei Spielarten im Journalismus, die sich ergänzen. Während sich ein Reporter zwingend an die Sachlage halten sollte und Informationen möglichst wahrheitsgemäß zusammentragen sollte, ist es bei einem Kommentator so, dass er auf Basis dieser Informationen seinen Eindruck, seine Interpretation, seine Meinung kundtut. Das heißt, das ist sehr wohl deutlich größer gefärbt. Wobei man muss hier eins von vornherein sagen, Nachrichten. Auch der sachlichste Reporter wird immer subjektiv sein, weil er hat seine Sichtweise. Vergleich das mal mit einem Kameramann zum Beispiel vor Ort, dann wird es am deutlichsten. Ich habe auf der Kamera ein Objektiv, die einen Ausschnitt des Geschehens erfasst. Damit entsteht Realität, nämlich genau in dem von mir zugewiesenen Bildformat. Alles, was sich rechts oder links davon befindet, sieht man im Bildausschnitt nicht und existiert somit auch nicht in der späteren Aufnahme und damit nicht in der von mir gezeigten Wahrheit. Ihr merkt auf einmal, dass man nicht nur mit Sprache gestalten kann und eine Wahrheit suggerieren kann, sondern auch mit dem Bildausschnitt. Und wer sich hier nicht der Wahrheit verpflichtet fühlt, sondern seine Wahrheit mitbringt und dann nur das sucht, was diese Wahrheit bestätigt, wird hier schon anfangen, seine Geschichte anders zu erzählen, als jemand, der unmittelbar neben ihm steht. Aber kommen wir zurück. Wir haben also den Reporter, der die Informationen vor Ort sammelt. Wir haben den Redakteur, der ergänzende Informationen beschafft und dann das Ganze in einen Bericht, in einen Report, in einen Artikel verpackt. Wir haben den Moderator, der für die Non-Print-Medien wie Radio und Fernsehen dem Ganzen die Stimme verleiht und es damit serviert. Und dann haben wir den Kommentator, der dazu seine Meinung noch einfließen lässt. Und was ist jetzt ein Blogger? Ein Blogger ist im Grunde genommen all das in einer Person, der nicht zwingend über eine fachliche Ausbildung verfügt, aber über Reichweite. Und jetzt stellt euch vor, dass sehr viele Blogger ja mittlerweile in Echtzeit live gehen und damit ihren Eindruck kundtun. Jetzt werdet ihr sagen, Blogger sind gefährlich. Noch gefährlicher als diese Blogger, die natürlich ein Risiko haben, denn sie sind ganz stark tendenziös. Auch bei den Öffentlich-Rechtlichen kann das aber passieren. Denn wenn hier das, was im Augenblick geschieht, dass wir uns in einem Kulturkrieg befinden, in dem sehr viele linke, woke Einstellungen über die Kanäle des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks zum Beispiel kommuniziert werden, dass hier Beiträge ebenfalls in einer Tendenz von vornherein so vermittelt werden, dass sie in der Wahrnehmung ganz klar pointiert eine Richtung vorgeben, dann haben wir genau dasselbe wie bei den Bloggern. Wir haben eine gebeugte Realität und wir haben damit auch eine für den Zuseher oder Betrachter nicht mehr erkennbare Manipulation. Und da wird es dann extrem gefährlich. Das war unser Tag 2, wo es um die Spieler auf dem Spielfeld des Journalismus geht und ihr sozusagen die Leute ein wenig einsortieren könnt, die euch den ganzen Tag lang Informationen zur Verfügung stellen. Und ihr solltet in Zukunft vielleicht ein wenig mehr darauf achten, wem ihr zuhört, was er sagt und was er mit dem Gesagten meint. Und auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann abonnier jetzt diesen Kanal. Denn wir haben die Augen auf die gerichtet, die die Geschichte von Deutschland im Moment in ihren Händen haben. Wir haben das Ohr auf der Straße und den Finger am Puls der Zeit und zeigen klare Kante, wenn es darum geht, den Lebensraum Deutschland zu bewahren, zu erhalten und zu gestalten. Unser Interesse ist es für dich zu berichten. Deswegen hilf uns. Danke. Habitat. Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.